hallo freunde habe ein interessantes verfahren entdeckt um den rasen von wortsteinkante raus zu machen und zwar mit der flex dazu habe ich ein etwas dickeres nylon seil genommen in der mitte aufgeschnitten so dass es über die schraube passt zugedreht fertig thema durch seil dran ja nylon hält relativ gut auch die drehzahlen hätte es recht gut aus die flex macht jetzt 56 7000 umdrehungen pro minute ja und das ist das resultat also genial was dabei wichtig ist empfehle ich jeden schutzbrille anzuziehen und handschuhe ansonsten machte ihm an damit kann man arbeiten einmal die ganze kante jetzt würde ich ganz gerne einmal die andere seite zeigen die habe ich noch nicht bearbeitet mal gucken wir jetzt gut wie gut es da klappt deine hand wird es jetzt nicht hat gut genial alles sauber rotstein ist sauber flex hat überhaupt kein problem damit das ist das Resultat sobald ich kein Spezialwerkzeug kaufen möchte ich sehe gerade der Bordstein selber geht auch sauber zu machen naja, nicht so wirklich aber mit dem Glas wird sie super fertig also für all die die jetzt Ideen haben viel Spaß beim Nachmachen einfach nur ein Stück Nylonsaal in der Mitte durchschneiden einspannen, Schutzbrille, Handschuhe und los geht's und los geht's